Damit sie uns besser beobachten können. Nicht, dass man euch, also deine Art, ein bisschen respektvoller behandeln sollte. Ach komm, Quatsch. So ein Quatsch. Meine Art. Das ist Anne Rice-Geschwaffe, das ist Hollywood-Gequatsche. Scheiß Himmels! Und wollte genau das. Ich saß mit meiner Schwester im Musical-Raum und hab's anguckt. Und ich meinte, du schmerzt dich das nicht so, dass du da nicht auf der Bühne stehst und das machst? Das war für mich das Größte. Ich mag auch, wenn man das nicht denkt, komediantische Rollen sehr. Ich finde, ich liebe den Klamauk. Ich hätte auch gerne Nackte Kanone gern gemacht. Das darf man wahrscheinlich nicht offen zugeben, aber ich finde Nackte Kanone jeglichen Teil super. Wenn wir Sonntag nicht mindestens unentschieden spielen, dann steht ja nächstes Jahr ein Parkhaus. Ich weiß nicht, was es war. Ich konnte es mir selber nicht erklären, aber irgendwie zogen mich diese Stoffe magisch an. Rudi, geh raus! Die Turnetze! Los, ich piss euch an! Hey, mach die Mäule auf! Oh, oh, oh! Das war's.